Musik 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 Haben wir denn jetzt schon Blumen? Nein Ohne Blumen keine Kibbel Die Könnte es fertig Musik Ich bin vielleicht gestrachten Es ging nicht um Fleisch Achso, Spiele Kippe Fresse und so Warte, warte, ich will es machen Mit diesem Tömer, fahren mit Jason Achso, ne, ne ich mein Meuls Ich muss nicht äh Ich wollte mit dem Tüler auf das Ding springen. Das wurde mit Fleisch gefüttert. Hast du denn hier irgendwo Kibble, weil es Kibble braucht? Nee, brauchen Blume, wie gesagt. Jason, grab mal ganz viele Büsche hier. Die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich gleich Null, aber sie ist da, dass du hier seltene Blumen aus den Büchern auslust. Boah, der Rex hat so Kackstats und er hat einfach über 10.000 Food. Wir leben. 4.800. 4.800. 4.800. Ja, 4840. Aber auch nur 175 mili, der ist richtig scheiße. Ich kann Kanonenfutterstellen irgendwo in der Ecke. Der erste, der stirbt, wenn wir zu viele Tiere haben. Mal gucken, was er punchet, ey. Ach. Er puncht, gut. Machen bitte KS-Wortrüstung. Ich hab hier S-Wortrüstung im Resort. Das war Kriegsbeute. Das war Kriegsbeute. Ja, ich saß eigentlich nur. Ich will keine Sigu das bauen. Warum? Das ist doch voll billig. Ach. Ahem. Gutsch verboten. Ich hab nämlich nachgefragt, bevor ich gewertet habe. Gern, hab ich eigentlich gemacht. Ja, das kann noch Katsu werden. Mit was kann ich fahren? Mammut. Mammut. Molde, bist du da? Nein. Mach Mut. Wer ist da? Iko, ich komm jetzt. Mammut. Ja, wir müssen mit Mammut, Rocket Launcher in die Sumpföl. Ja, moin. Ja, wird lustig. Soll ich mitgehen? Ja, na gut. Haben wir ein Mammut Pärchen? Pärchen? Wir haben mehr als einen Mammut, deswegen die Frage. Äh. Ja, das brauche ich dann aber auch wieder, Kip. Weib. Männlich. Ich sehe nur zwei Mammut. Ja, hier ist ein weiblicher, hier ist ein weiblicher. Ja, weiblicher, männlich. Das ist ein Pärchen. So. Ah, ok, ich hab verstanden. Du willst züchten und wir nehmen uns Menschen mit oder wie? Ja. Ok, dann die Mammuts mal zusammen. Der Bronto braucht Sattel. Wer hat einen Bronto-Sattel gelernt? Es sind keine Pärchen doch. Holger? Ja, ich komm halt jetzt. Äh, was ist Kaptrack? Ich hab was für dich. Bleib steh, Gwius. Ok. Ja, ich hab's noch gesehen, dass das auf mich zuläuft. So, jetzt macht man erstmal Liebe. Äh, irgendwas, das viel tragen kann. Nein! Hier stecks nicht. Ah, EMP Box. Äh, ist das Terry schon gezäppt? Nein. Aber ich hätte mir trotzdem was finden. Bin raus. Jetzt ist Terry gezäppt. Ja. Hat 27, was ist da? Uh, 4000 Leben? 237 Mille hast du gezäppt. Oh, ich weiß nicht. Der Rex hat 7300 Leben, 1500 Stamina, 870 Gewicht. Ist irgendwas gefährliches in der Nähe? Nein, aber du darfst den Affen gerne mitgehen. Mammut entgehen immer. Gwius, willst du sein? Was? Präge. Mit. Also IP, präge. Da ist das Terry erst da. Soll damit eigentlich mitgehen oder was? Ok, hast du noch falsch gedacht? Jaja. Ne, ne, ich suche noch eins. Ich will jetzt zwei mitnehmen. Jaja. Also einmal hier. Oder an den Füllen geht es Terry auf Follow und Fill im Parkierer. Ok. Wer will das Mammut reiten in der Sumpfhöl? Ich go. Alles klar, dann nimm Stoß, Papi. Pation, farmst du noch 5? Ähm, ich bin jetzt gerade draußen. Ich hab eigentlich versucht, das an das Saatgut anzukommen, aber es klappt nicht. Ich krieg immer nur Zitrone und Kräuter. Ähm, guck mal noch einer. Was brauchst du? Ähm, die anderen beiden. Bezüglich... Ähm, hier reiten wir nicht mit dem bei ihm. Nein. Mit dem Baby. Ja, aber erst wenn das Baby ausgekackt wurde, nennen wir Denedor mit. Kannst du vielleicht auch... Oder wir gucken was das Baby ist und nehmen das andere Geschlecht mit. Wobei ein Mind Warp kostet irgendwie 20 Minuten oder so. Ne, wir sind dann wartet bis es rauskommt, dass wir es wissen. Gehen wir nicht mit zwei Mammut? Nein. Willst du auf den Mammut reiten? Ein Mammut und zwei Kämpfer. Also ich bin dabei. Ich bin Töhler. Aus. Warte, machst du aus oder so? Na sofern. Legt die ein Ei oder wird die schwanger? Ist okay, Brain. Was legt ein Ei? Was soll ein Ei legen? Mammut und ein Ei. Willst du mich verarschen? Mammut und ein Ei, okay. Okay. Wie willst du verstehen? Ilka ist der Brain im Trident. Ja, ich bin der Film. Nicht in Fragestellung. Das ist so. Wenn der Brain das hat, dann ist das so. Ich lass es im Raum stehen. Oh Gott, jetzt hast du im Brain eine neue Aufgabe gehabt. Warum? Er hat es erstellt in den Raum. Ich lass es im Raum stehen. So, meine ganzen Waffen sind nachgeladen. Oh ja, stimmt. Stimmt. Geladen! Ja, Grapplinghook habe ich nicht dabei. Soll ich hier welche abgeben? Wie viele Pfeile hast du? Grapplinghooks? Neun. Geh hin und mach noch welche. Bolas habe ich auch keine. Brauch auch noch welche. Grapplinghooks. Ist wär nett. Ich zieh da mal 30 durch. Wenn ich guck mal, dass hier irgendwie 200 Waffenhoops einmal anwerft. In irgendein. In irgendeiner Smithy. Out. Alter, was ist das? Drecksattel. Drecksattel. Wir brauchen einen Drecksattel. Was ist? Ne, warte. Was ist das für ein komisches Vieh? Ja... Das ist kein Kabel. Ehe... Entrosaurus. mit Pullova. Leider war es kein Capuchuchu. Capuchuchu? Das ist ein Ilka, sollte ich noch. Capuchuchu ist Capuchuchus. Ne Capuchuchu Pole, Mensch, Gott ne. Mann ey Pole. Wer hat denn doch erst ein 180er gefunden? Ich? Du musst doch eigentlich so entertainen. Capuchuchu? Ja. Ja schon. Aber die sind schwer zu entertainen. Die sind ja selten, gell? Ne, die sind super. Ja, wer hat ne 180er gefunden, ne? Direkt vor der Sumpfhölz hat Molte und mich geblättet. Äh, Impie und ich. Irgendjemand ist halb gestorben, mit nem Frosch zusammen. Ja, Impie. Noch ein 2 neue Riggs-Settel, ok. Ich hoffe ihr seid alle max-level, als Player. Ja. Natürlich sind wir das nicht. Nein. Nur Level 92. What? Ich bin Level 100. Ich auch. Äh, Impie holen wir uns heute eigentlich ne Schnecke? 99 Luftfollerung. Ähm, Kuchen ist das Problem hier. Was ist? Kuchen ist das Problem hier. Für was? Er meint ne andere Schnecke. Ich mein Tech Schneck. Ach so! Ich brauche mal, äh, die Session ordentlich Speed, ne? Dustin! DASTIN! Der hat, äh, Internetprobleme, glaube ich. Ja. Wir müssen die Session, crafte, crafte, base ausbaue. Und nächste Session können wir dann voll rin. Hm, ich würde den Stand der Base an Ende erst machen. Ja, wir gucken uns die Base am Schluss an, wie es aussieht und dann können wir sagen, nächst die Runde geht's los oder so. Ja. Äh, und Dinos, weil wir im Moment haben nur Brontos. Ja, und die sind alle nicht bebaut. Doch. Anna. Nein, die haben normal mindestens vier Stück, haben... Also, was brauche ich jetzt für die Schölle? Das war nicht. Ja, ja, ich... Für was? Ja, nimm die Shocking Darts mit, Bro. Ein zweites Terry, ich will ein zweites Terry. So, P4P, P4P. Halbwegs vernünftigen S4P-Dism? Ja, ja, ich weiß schon. Was? Aber haben wir überhaupt noch normale Darts? Kann man ja irgendwann immer noch machen. Wir haben ja noch kein Twikes, ne? Twikes wär halt geil. Äh, im Fabrikator, aber ich hab Schleppi nicht. Äh, Captain Rex, ich will das jetzt gleich machen, weil dann können wir ne Zucht, äh, anfangen, dann haben wir jetzt den nächsten Terry. Wilka, Mammut kommt. Mach mal deutlich stärker. Mammut kommt? Mammut ist da. Oh, shit. Chill. Wo bist du? Ja, nimm's an, wenn nicht. Wie, wie weit bist du weg? Jetzt da. Komm, komm, ohne drunter, ohne drunter, ohne drunter. Wilka! Oh, shit, wo, wo ist, wo, ah, dann. Ohne drunter. Komm, Baby. Haschus? Ähm, wenn du, 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 wenn du schon mal Richtung Stargate. Wir treffen uns da. Du brauchst sowieso länger. Oh, ich, ich versuche es. Ja, ja, ich weiß auch. Hallo. Sind nirgends Bären? Nein, im Stego. Wo ist der Stego? Hintermammut. Darf ich auf wo, wenn du jetzt gehst? Boah. Ja, klar. Das brauchen mindestens 180. Es ist männlich. Dann nehmen wir das Männchen mit. Das Männchen mit. Oh, da hat schon jemand mitgespielt, da glaube ich. So seid ihr soweit. Impi, ich habe Grappling Hoops in der Smithy. Du, du kannst. Ähm. Polis geht los. Könnt ihr auch vielleicht mal gucken, ob ihr irgendwie an einen kleinen Beedle dankt habt? Ich bin gerade noch am Jogging Darts machen. Dank Beedle. Ja. Ab in die Wüste. Ähm. Base. Hausmasch, da brauche ich Mo noch, der muss mich Mo noch entleeren. Komm vor das Gewächshaus. Was? Der ist doch gar nicht da mit seinen 1000 Wraith. Dann pass auf mein Wolfhof, während ich da Blume besäuze. Was eigentlich würde er Damage zahlen? Hat er sie immer noch nicht angemessen? Fleisch nicht abnehmen. Fleisch brauche ich. Nee, die kommen auch nicht mehr ab. Die will er nicht reinmachen. Gut. Oh, na, na, na. Kann ich nicht. Na, okay. Sehr gut. Ich bring den Schwein weg. Los geht's. Komm, Edgar. Ich bin schon fast am Stargate mit nem Mammudi amoein. Ich muss euch in das Fiber reinlegen. Ja, Ilka, ich hab jetzt noch 80 Shocking, da hast du mitgenommen, ne? Ja, ich hab 45. Das schlägt sein. Wie wird's? Ob er steht noch in Wolf, hol dir ne Mo in näher an die Welt. Dann lass ich. Ach, 80 sind zu viel, glaub ich. Ja, ja. Ich dachte, ich nehm für dich nicht mit, aber du hast schon welche. Goddard fähig. Fähig. Em그Bis? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020